Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines Sam, auch Buschmann genannt. Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung. Keine Angst, das tut nicht weh. Ich habe hier eine Liste mit Fragen vorbereitet. Wir spielen und reden. Ein Gespräch. Kein Studium. Frau Kambazembi zeigt erstaunliche geistige Fähigkeiten. Und ich behaupte, dass ihr ein höherer Bildungsgrad nur durch äußere Umstände versagt blieb. Nicht durch genetische Veranlagung. Sondern Sie mal überhoffen, wollen Sie sich das Leben wirklich so schwer machen? Im Deutsch-Südwest droht Krieg. Ihr nehmt unser Land weg. Ich möchte eine Expedition aussenden, die materielle Zeugnisse der Stämme für unser Völkerkundemuseum sammelt. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen. Geile Haare wird vollenden, was wir angefangen haben. Wir werden sehr viele schöne Dinge zurücklassen auf Ihrer Flucht. Halt Sie das für richtig? Kennen Sie diese Frau? Lebt sie? Dies ist mein erster Krieg. Auf jeden Fall werde ich ihn für mich zu nutzen müssen. Und Sie? Wenn wir jetzt veröffentlichen, hat das katastrophale Folgen. Für wen? Für mich. Das hier ist der Feind! Und wir werden ihn vernichten! Wo ist sie? Wo ist sie? Zuut? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Untertitelung des ZDF, 2020